jo freunde und somit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge bussimulator 21 wir sollen heute den reisebus fahren also den da den sollen wir heute auf einer bestimmten strecke fahren ja deswegen würde ich jetzt sagen wir starten auch gleich mal den motor und fahren jetzt einfach mal los hier denn wir sind schon ein bisschen spät dran die türen schließen und hier vorne dann rechts links abbiegen ja das können wieder knapp werden ja fußgänger überfahren und hier sehen wir jetzt auch schon unsere erste bushaltestelle an der wir eben anhalten sollen das werden wir auch tun so und wir sind angekommen fahrkarte will keiner kaufen die wollen alle lieber schwarz waren und die türen können wir dann auch wieder schließen wir blinken nach links jetzt hat er mir hier die sicht versperrt auf die straße das ist natürlich nicht so toll so und die nächste haltestelle ist dann seadrift oh ok wir müssten ja alter so ok wir sollen die map jetzt öffnen dann machen wir das zuerst würde ich mal sagen und was will der jetzt ah ne 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 das lassen wir einfach schön bleiben wir sollen eine neue dingsquare eten dann würde ich sagen wir nehmen die hier und fahren dann hier rüber und dann hier rüber dann da dann hier und jetzt fahren wir einfach mal weiter ich finde das hauptmenü leider etwas etwas unübersichtlich im bussimulator 21 das ist mir jetzt vorhin irgendwie mal aufgefallen aber trotzdem finde ich persönlich bussimulator 21 total geil gemacht und wieder rechts abbiegen und wir können wieder hier schließen passagier hört zu laut musik dann können wir wieder weiter fahren so fahren wir jetzt weiter und hier ja renn dominos hier sollen wir rechts rechts so und hier vorne wieder rechts aber wir sollen so ein bisschen im kreis fahren wir sollen im kreis fahren ja 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 so fahren wir jetzt weiter was liegt denn da ein kegel auf der straße das ist nice so und hier ist auch schon unsere bussalterstelle hier halten wir natürlich wieder an hier halten wir natürlich wieder an so Single ticket please ja ja regulär und trip ticket jaja 2 euro 80 cent Und da ist wirklich noch einer Seniorenticket Schauen wir uns den mal an Ja, der sieht aus wie ein Senior Seniorenticket Schwib-Ticket Uff So Und die? Die dritte da? Ah, die will keins Dann Starten wir mal Und fahren Weiter zur nächsten Alte Stelle Boah, die dumme Nuss Ja, komm, piss dich, euer So Und dann können wir jetzt Auch wieder weiterfahren So So Bier Oh Ja, ja Wir müssen hier rüber So So Und hier vorne Ist genau Hier ist die Bushaltestelle So Boah, ist hier los Hier ist auch viel los Jetzt, ne Seniorenticket Dayticket Drucken Danke Das war's jetzt Ah, das war's schon Geil Geil, geil, geil Dann können wir jetzt wieder weiterfahren So Zwei Bushaltestelle Ja, ja, ja So wie immer So Jetzt fahren wir hier rein Und hier vorne Und hier vorne Ist dann auch gleich Die Bushaltestelle So Jetzt gucken wir nur kurz Mit dem Ne Passt eigentlich Ah, wir sollen die Scheibenwischer anmachen Ja, komm Nerv mich nicht, Alter So Und die hintere Tür Können wir jetzt auch wieder zumachen Und Sint Hoppala Ist Ähm Antony Church Dann Schon die Endstation Oder Ich weiß es gerade nicht Ich denke mal schon Aber Das sehen wir ja gleich Ja Das ist die Endstation Perfekt So will ich das haben So Dann 8 8 9 0 Hier können wir alles ausmachen Und können dann den Bus langsam Wieder Ins Depot Zurückfahren Oder was Ah, das ist ein Rundgang Dings Ja, dann würde ich jetzt sagen Wir beenden die Folge wieder hier Und Mal wieder Danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Oder in der nächsten Mordvorstellung Oder was auch immer Wenn euch das Video gefallen hat Lasst gerne ein Like da Und Könnt auch gerne auf den Abonnieren Button Direkt drücken Und Somit bleibt es gesund Hauts rein Dankeschön Bis nächstes Mal Ciao 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 Ciao